Von the bottom to the top mitten in the action here in the let's talk more dangdenglish here Schade er hat also Hat er was rausgauen? Nope Ich dachte halt echt der will uns in Leute reinbaten Aber da war nix, war keiner, der war ganz alleine, oder? Ich dachte halt den jetzt hat es näher mit Aber ne, ist nicht so Nein, ich hab meinen Creep verloren Ich hab lange keinen nie mehr, und ich hab mir gedacht, guck mal wieder Zeit Guck mal wie das zahlt, sagt er, ne? Mhm Auch vor alten Zeiten, von damals war ich nur Komm schon Taric Glaub man, ist Taric Weil es ist aber ungewohnt, keine Leistung zu haben Äh, Jace? Jace, seems to be RFK Oh, nice Schön, dass er mir so schön in die Arme gelaufen Ich hoffe jetzt reagiert Was? Geh drauf Na, sieh doch einfach Boah, mein Pink sagt grad hart Nein Warum? Ja, mein Pink rott grad echt die Bude Ja, mein Pink rott grad echt die Bude Das nervi doch jetzt LOL Was denn? Hatta Ich renne noch einen Minion in dem Moment davor Äh, oh Schade Sooo schade Genau außer range, ey Das kommt die Hanna flame sowieso Jetzt der fuck off fliegt Er hat doch ein bisschen rumgeführt, ein bisschen, nur Marmischle Mein Gott Hör auf dich zu healen Er ist da, ey Was macht Taric steht auf keinen Termin am Tower Ganz, ganz weit auf Warum steht der FK auf dem Tower eigentlich? Worry not Na ja Was ist los? Ich stehe auf der, äh, Seite der Barren Wand und äh Ihn interessiert es nicht, der kommt nicht zu mir, damit ich rüberspringen kann Und Taric steht immer noch auf Karom Seit 2 Level Vor allem nicht mehr billig am Tower Sprich, wenn die jetzt, wenn ich sie pushen lassen würde Würden die sich jetzt snacken, glaube ich Taric Find your center 2 Level lag 2 Level lag Das wird man keinen Standbild, das wird man Doch das im Standbild nicht erfährt Wie der Alistair echt irgendwie mit dem Heal die Lastsitz versaut We will noch um Lass uns zu tun Wir machen was wir müssen Ich werde sie wegtreten können. Mach einen Minion mit mir! Mein Gott. Ey, so ein bildeter Wichser. Da gibt eine Liana, ich sehe da schon den Kopf. Ich werde sie wieder aufkommen. Ja, wäre ein Level 6 gewesen. Das wäre kein Problem gewesen. Wir haben sie locker geholt. Botlane, Double Kill. Aber er hat sich entschlossen, Aufkar herum zu pimmeln. Ich kann mal boten. Ja. Blöde gegen Alistair, seinen Job wegknocken kann ich halt, wenn ich alleine killen. Ja. Es hat echt blöd gelaufen, dass... Ja, 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 ja. Ja? Ja? Wow. Sehr schön gemacht. Ich habe doch gesagt, er gibt einen... Ja. Ich habe es nur voraus gesagt. Ja. Ja. Weil sie halt Damage ohne Items macht, ne? Ja. So. Oh lord, sein Heal. Äh, Sopi! Spasti! Er hat nicht mal Ulti gemacht. Er ist Level 6. Ja? So. Was ist das eigentlich mit dem True-Damage-Item, wenn alles seine Ulti macht? Trotzdem noch? Ja, ist True-Damage. Ich mache keine Mana mehr, Scheii-Ihh, Scheiße. Komm, ein Coup. Geht doch. Waaas? wie gesagt aber es ist teilweise schon grausam was hier so abgeht und ich habe nicht so gut konzentrieren der lister lässt sich die ganze zeit von pre-auto hin genau ich lasse den randoms den kill das wäre dann noch schöner das wäre wirklich noch schöner wahrscheinlich der anscheinend wurde er ist echt frozen mullet first richtig krasses frozen mullet weicher ich mache euch doch nicht mehr schaden wird es da unten los der l ist das gerade voll cool einfach an törnung so vorbeigelaufen so ganz einfach noch und hat dann seine kommers gemacht der jetzt sogar wenn die ganz nach die passiven ja what the fuck guys sagt der die diana gefiedelt hat hör auf zu flamen jetzt sonst gibt es kanzler hier ja einmal musste ich jetzt ich werde jetzt auch nicht mehr stimmt warte escape options weil man kann nur den ort ausschalten ja gar nichts ja weil ich die begehen das ist ja eh nicht eigentlich nur über das eine team ok außerdem ja egal da alles da kommt kommt dann direkt direkt vielleicht doch nein was und jetzt vielleicht auch noch er lasst die diana macht uns sogar noch wir sind vier man hat wenn gerade echt hier geflaschen lol hat sie das gar nicht getan die werden sie hat echt nicht gesehen dass wir hier im bus chill nein habe ich ja gerade zum ersten so anfang reingehauen okay ich brauche mein zist find your center 0 du magst interessiert nicht er kommt geportet rice und jetzt läuft jetzt ja noch mal eins nummer zwei hier nummer drei noch raus er hat sich noch benutzt ja wenn du siehst das ist sie tot macht weh anstatt an Q oder ne weh und haut ab die Leute sind hier irgendwie die Ruhe selbst kann das schon wieder konnte ich meine lane nicht dominieren wegen der DNA im allgemeinen habe ich sowieso hast jetzt ein bisschen verkackt was der rice nimmt nur meine last den habe ich mir mal gesnackt ne habe ich nicht gesehen ne deswegen habe ich sie auch gesagt boah komm jetzt die Diana ne jetzt ja jetzt sind auch wo ist sie wo ist sie da ist sie sie ist langsam geht doch ja lass mal Mitte pushen ja boah du wein du wein komm schon wo ist sie da auch anscheinend hier platz hast du first Repeat Boah, wie weit springen die? Ach naja, ok, so weit war das auch nicht Wo ist denn der Ryze? Die sind jetzt... Das wären so viele Instakills gewesen, ne? Ja. Ja. Ihn interessiert es mich. Das ist... Ne, unglaublich ist es. Keine Ahnung, ich komme gerade nicht drauf klar. He. Find your center. Ey, das ist wirklich die Höhe. Wir wollen irgendwie je höher wir kommen mit unseren Champs, mit unseren Accounts grad, je schlechter werden die Leute, ne? Sehr schön. Voll in die Fresse gekickt, ey. Hm? Wir tun was wir brauchen. Wenn nicht Daniel. Also wir hatten schon bei niedrigeren Leuten, wie auf Bronze, bessere als diese Silber Leute. Ja. 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 Soll sie, wenn sie allein ist, ist sie tot. Sie ist nicht alleine. Sie ist nicht tot. Sie ist nicht alleine. Sie ist nicht tot. Sie sind zu fan. Oh, sie sind zu viel. Der Diana mich gerade gerade gewohnt hatte. Der wider der nächste connects Graciasșle beinhaltet. Sehr schön. Harry kann echt eines Tages dann an Schat Diana, die da so nebenrum pümmelt. Es ist so zum Kotzen einfach, dass wir... Die ist so überfett schon wieder. Jo. Wann jemand hat Freel farmed so zwischendurch die ganze Zeit, ne? Man kommt nicht mal... Nein, das ist wie gesagt Diana, total antrarry. Ja, auch mittlerweile total carry gegen uns alles. Antis gegen uns alles, meine ich. und jace ist die ganze zeit so hat immer noch kein farm oder die ganze zeit irgendwo etwas anderes macht es ebenfalls trink mein eis ja reist über jetzt ah tut er da war diana in der nähe von dir geht hoch ey wie kann ihn denn noch zurückpingen aber ich wollte es ja wieder kommen ja ja wenn push wieder die macht nichts an jace verkackt das war ich doch null wir sind ja das noch acht sekunden brauchen wir ja sie springt einfach nur mit dem jump macht sie genug damit ja alter das ist hart und mit mit und Hey, der Jace redet, wa? Hey, du sollst aufhören zu flamen, man! Sonst flam ich dich gleich aus deinem Leben! Ich hab doch nur gesagt, wie es ist. Flame ist, wenn es nicht stimmt. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Doch. Nein. Keine Regel. Kommt die andere oder so? Keine Ahnung. Ja, da ist Rain mit Ulti schon. Lass mal Ulti auslaufen. Ohne ihre Diana machen sie nix. Gar nix. Lass mal... Barron! Lass mal Baron machen jetzt! So. Okay, dann... Okay, kein Baron. Okay, okay. Du sollten jetzt aber bloß nicht unseren Tower fighten. Oh no! Ich hab mir gesagt, ja. Den hat mich ja hier. Der hat mich ja hier. Der hat mich ja hier. Wir haben jetzt ja hier. Ja. Ja, sorry, nur wenn wir Rücken zudrehen. André? Ja, ich bin... Ja. Was pingen die denn da? Ja, top ist in Gefahr. Ich hab noch meine IS-V noch nicht fertig. Ja. Okay, also, Dinge, GA ist raus, gefällt mir. Dann rausgeprügelt. Grain muss ich nur mit Flash snacken, damit ihr bloß nicht wegtammelt. Ja. Guck dir mal, von den 30 Kills hat die Diana 23. Was? Ja. Yo. Der kann wundern, dass wir uns so hard destroyed, wie... Also, wir... Oh, da springt's ja noch. Ich bin gleich da. Ich soll mit Ice-Born. Lol. Bastard. So. Ja, jetzt mit. Nein! Hey, schau mal nicht. Du bist zu low. Ja. Der Race läuft echt da hin, einfach so, ganz gechillt. Ey, sind wir behindert. Jetzt haben wir... So, jetzt tapp ich auch noch raus hier, ey. Wir suchen jetzt wieder nicht von mir. Kennst du die Taste für, äh... Camera setting unlock, äh, camera? Ne, ja nicht. Da ist Diana. Ja, kann so grad gar nichts machen. Jetzt geht's wieder. Ja, ich hab noch bekommen. He, he, he. Boah. Frame wird auch noch. Oh. Nö, nicht mehr. Quiet Steps. Ja, unser Ryzen, unser Dings. Ja, unser Ryzen, unser Dings. Was denn? Naja, die Dingens, äh, Ryzen countered Vayne ganz gut. Und schön, einfach so durch sein Item. Ja, klar. Ja, und Diana auch so ein Stückchen, ne? Dadurch, dass sie Tag Speed... Ja, schön. Jetzt Baron, eben schnell, vor pushen. Oh, w-w-w-warte, ne? Warte. Kriegen wir noch. W-w-w-w-w-w-w-w-w. Oh. Ah, ihr Ding. Der GA ist wieder ab, ne? Hm. Komm mal, Stu. Hm, party time. Ach, der ist noch gar nicht tot. Boah, wey. I don't want to meet, it's just Diana. Bin hier. Ne, ich hatte Minions, so. Sonst hätte ich vorher was gesagt. Quiet Steps. Boah, das sieht aus wie ein... ...Center mit der für die Diana. Mhm. Suck. Hehehe. 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 Du bist alleine, ne? Ich weiß. Ich lause die ganze Zeit nur mit meiner... ...Eisbahn. Diana macht nur... Klau ihn hier mit der Ulti... Oh, zu spät. Oh, das war ihn. ...Range startet. Echtet? Ja. Ich brauche von meiner. Da hast du mir in Diana hinter mir. Oh, spring weg, ja. Boah, warum gehen denn jetzt alle einzeln rein? Ja, der... Der Jace ist... ...Ultra. 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 ...Schlechter. Der Jace ist ja auch geil. Ey, das hier... ...die Flash tut alles, ey. ...Ja, klar. Ja, genau. Alter, der... ...Äh, bin der der Reis. Da ist der Jace... ...Körgerung. Was Lee, what the fuck? Was haben die mit ihrem Baron unbedingt? Egal was passiert, wir müssen den Baron tun. Ja, vor allem in der einen Situation hätten wir so geil pushen können. Ja. Ich glaube aber die haben es schon gemacht jetzt. Nein, nein. Die anderen haben noch keinen. Achso. Ja. 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 Jetzt geht doch drauf. Ja. Heст만 klar. Vielen Dank, mensen. Ja. Das ist wirklich verrückt. Das ist aber natürlich wichtig. lol der ding jetzt hat es echt überlebt der zack den ganzen ja ich wollte ihn jetzt nicht leute ja ich hätte noch ein ding es gab in die er aber trotzdem wird jetzt zwei in hips wenn wir pushen gegangen wären aber gut wir waren jetzt direkt da hat sich dann auch gelohnt aber wenn wir so weit hinten sind dann brauchen wir eigentlich die pushkraft von den beiden in hips um dann zu machen also ist meine meinung ich kann auch völlig falsch liegen aber jetzt geht schon wieder los das wort ist cool und mich an kotzen mit so einer fetten diana war noch ein team zu verlieren aber die werden echt cool also scheiße im sinne von scheiße so jetzt rein alter diana du kannst double time geil hast du weißt das kann es ist slow oh 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 alter garnery ist legendary hast du eis wir das gerade macht die grüße heute ganz schnell damit ich ja komm ich die hat jetzt auch den jail alter wie sie alle die ace haben gerade ich bin der einzige das ich nicht leisten kann einmal zu sterben passen boah kommt schon egal dafür dass sie die anderen hinterher geraten ist sie gestorben aber trin tut trotzdem weh auf der zauber ich weiß alter dieser wie die lappen überhaupt immer reden ganze lappen ich habe auch meinen muramana nicht angeschaltet gehabt ja trotzdem ich habe auch noch die 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 weiter ich habe 4200 app und jetzt kannst du da aber seine items ja hauptsache ein tank jace so was habe ich auch noch nie gesehen geschweige denn überhaupt davon gehört krass ja ja super ja war die anderen nicht gerade gestorben ach ja 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 ich weiß ja ich hab's ich hab's ja 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 du ja ja ich weiß ja ja es ist doch besser ihr werdet nicht die jahre macht nicht mal von das darf nicht sein ach da und her auf die dänscheiß drauf Ja, so gewinnt man auch gegen eine 30 Elf Vianna, einfach nur weil Vayne Crap ist. Meanwhile, just pushing the tower. Aber er slaughten wenig. Und slow, und slow. Leute, er macht echt den Inhip. Ey, Jace. Er macht echt... Guck mal, wieviel Damage er macht. Aber jetzt müsst ihr noch den neuen Inhip bekommen, schnell. Ja, komm. Haltet sie hin. Haltet sie hin. Ich glaub nicht, dass es reicht. So, es reicht wirklich. Zack. Lade. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall Save Baron machen. Wenn die zurück ist. Ist vorbei. Ja, top. Kümmern sie sich gerade auch noch nicht drum. Aber das... Ja. Was für Games, ey. Sind sofort da. Okay, Barrel mit Muramana zu machen, geht voll ins Mana. Ja. Ja. Ja, krieg's mit. Nice. Drinnen interessiert es nicht. Ja. Vor allem, dass der Flash war so... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja. Das war's für heute. Haben wir ja glücklicherweise doch noch gewonnen. Ach, Skill. Skill. Ja, klar, sowieso. Dann bis morgen. Ciao. Ciao.